Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge 4Orner mit mir, Playgestalt, Alta, Schaflas und Raphael. Raphael hat, wie ihr vielleicht im Chat noch sehen könnt, interessante Vorlieben. Auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Hey, wer schläft denn da ein? Beim Laufen. Okay, warte, wir kümmern sich um den. Also die wollen wirklich ein One-on-One. Kriegen sie schon da drüben nicht da? Das ist so fair. Er kam von der Bucke, aber ich habe es noch nicht gemacht. Au! Also wer von euch kann mal den Typen hier wiederbeleben? Habe ihn. Nein, habe ihn doch nicht. Ja, schön. Danke schön. Ich. Irgendwas. Was sagt sie? Wer rennt denn da oben schon wieder rum? Der ist auch auf dem falschen Dampfer unterwegs. Sorry. Ich war ein One-on-One. So, das war ein Bot, Mann. Ja, wo? Also jetzt geht es aber los. Au, ich hau gegen den Pfosten. Was up, Guy? Oh, der war nicht schlecht. Oh, Mann. Ui, das war aber tricky. Wen hat es denn von euch da gefickt? Ja, steh mal auf, du faule Sau. Wir haben Krieg. Ja, ich weiß es. Ich war dabei. Ich habe ihn gut abgelenkt, oder? Was hattet ihr davon? Ich bräuchte mal Hilfe. Hier war doch irgendwo Hilfe, oder? Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht? Hier war doch irgendwo mal Hilfe, habe ich gehört. Ach, guck mal. Ich will doch... Oh! Was ist das? Was ist das? Ich brauche Hilfe. Ich bin tot. So knapp vorbei. Ich bin nicht für lange. Ich bin gleich bei dir und ich helfe. Ich hebe dich auf, ne? Hier leider. Okay, jetzt nicht mehr. Was ist verdient? Ich hebe dich auf. Ich hebe dich auf, kann ich nicht. Ach, wir sind am verdienen. Dankeschön! Für die Menschen! Hey, 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 hey. Ich finde es immer so geil, wenn man so auszusehen die Bots nebenbei geht. Hey, 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 hey. Du bist doch ne blöde Potzau, du blöder Pot da drüben. Oh, oh, drei Leute. Oh, scheiße. Hilfe, Hilfe. Oh, scheiß jemand da. Oh Gott, ich bin tot. Ähm, das war ein ganz klares One-on-One plus zwei. Okay, wir haben zwei gegen drei. Ich lebe gleich wieder, vielleicht. Jetzt. Da bin ich wieder gespawrt, ne? War schön. Warte mal, wir sind im blauen, ne? Das heißt, wir verlieren ja gerade. Was ist denn das für ne Art? Ich wollte gerade zerfetzt hier. Ja, war doof, ne? Merkst du das selber, oder? Nein. Immer dieselben Sprüche. Ja, der. Oh nein. Wer ist denn hier gerade bei mir gestorben? Was soll denn das? Und tschüss. Ich kann gerade nicht. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Oh, ist das dein Ernst? Überall Rache? Schubst ihn runter. Ja, du gehst also zu den ganzen Schwennen, ne? Nein, nein. Ich bin in der Bärenfagel geraten. Ich wohne bei den Schurken. Ich wohne bei den Schurken. Ah, ich glaube, der holt sich nicht. Das ist ja nicht. Nein, 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 nein. Ich bin in der Bärenfagel geraten. Oh, tausend. Ich geh weg. Ach du, der Schurken nicht springt. Soll er doch. Hinter uns kommt so ein Wacker, Wackerbund. Wackerbund. Oh, ja. Ein Wackerbund? Ja. Au. Wackerbund. Warte, ich muss da unten helfen. Ja. Meinst du, der Typ, der auf mich einschlägt? Guck mal, den habe ich aber schön getankt, oder? Bist du tot? Nicht mehr. Ja, weil ich gerade da unten gehe. Ich bin ein bisschen K.O., ne? Ich glaube, ich gehe jetzt heim. Krieg ist blöd. Sagst du. Ja, nee. Also, das habe ich auch fast gesagt. Oh, das war unmöglich. Oh, komm. Autsch. Immer diese unfairen Taktiken. Hier mit irgendeinem scheiß Schild anspringen, oder so ein Quatsch. Okay, das ist echt dumm. Du kannst blocken, wenn du exekutest, aber du kannst angriffen, Dad. Ja, ein bisschen blöd, ne? Werde ich wiederbelebt zufällig? Äh, ich glaube nicht. Wo liegst du denn? Nee, ich stehe jetzt wieder. Jetzt ist auch egal, ne? Fauler Hund. Bist du der Typ, der hier so jetzt rumliegt? Hey, wieso kann ich die deal jetzt gar nicht? Danke. Scheiße, jetzt war ich fast schnell genug wieder vom Kreis runter. Der redt hinten rum, der redt hinten rum. Das sehe ich doch sofort. Denkel ab. Ab ihn. Oh Gott. Er piekst mich. Oh, schon wieder gekillt. Das gibt's doch. Das ist doof, ne? Ich springe ständig abfallen. Nein, Alter, was mach ich denn? Das war doof, dass ich da die Deckung hab fallen lassen. Sehr schön erhebt. Dankeschön. Ich bräuchte mal. Du brauchst viel. Ja, tatsächlich. Danke. Autsch. Sorry. Au! Was, um, dass du jetzt noch den Rage-Modus kriegst, Leute. Ey, wen hilf ich da? Und dann lasst du mich alleine. Ne, ein bisschen sei Ernst. Äh, ich hab ein Problem vielleicht. Oh, ich merke mir nie, dass da... Oh. Oh. Oh, die... Ja. Ja. Das ist gut. Nein, ich tippe! Warum nicht? Das war das ungünstige... Das war der absolut ungünstigste Moment, jetzt getötet zu werden. Äh, Leute, ich bin raus, ne? Ich weiß, gell? Ich war voll dabei. Ja, Mann. Bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Wieso? Meinst du mich? Ja, aber wir sind auf die zwei letzten Limit und mich. Achso. Tommi! Ja, ja. Komm. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn zwei auf einen draufhauen. Da kriegt er ja so schnell Rage. Ja, das stimmt. Und im Rache-Modus ist es halt wahnsinnig schwierig, die Typen zu erledigen. LOL! Hey, Tommy, wie hat es sich angefühlt? Na ja, der Rache blockt man nicht hin. Nein. Hey. Sorry. Ich mag euren Stil. Wir haben ja aufeinander eine unten. Hinter euch, der Lacht, wer mal sterben. Hinter euch kommt einer. Da kommen zwei. Was war denn das für eine Aktie? Sack. Okay. Tschüss. Er bin mir leid. Okay, bin mir leid. Schöner Flug. Doppel zum Thema 1 gegen 1. Das haben wir ja am Anfang. Ja, genau. Theoretisch ja. Praktisch nein. Wie sind alle angerannt gekommen. Hey, Tommi, magst du das? Gefällt dir das? Peck-Skill-Mailer. Äh, schade. Oh, Verbindungsfehler. Schade, das Spiel wird nicht gewertet. Dann fliege ich auch noch raus und kriege keine XP, nein. Ärgerlich ist das aber auch. Ja, ihr Freunde, dann war es uns trotzdem für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch auf dem Kanal so ein Abo würdest du mich sehr freuen. Danke dafür, Alpladi. Was? Hä? Ich bin sehr verwirrt. Egal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wir fahren wie bei dir. Ciao. Ciao. Ciao.